Oh, musst du das selber machen, bitte. Zack, 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 zack. Ich hatte mir jetzt auch nur einen gemacht. Ah, da hinten ist aber das Pulverweiß. Aber ich hab gleich einen Ofen fertig. Ich brauch nur Nuggets eigentlich. Haben wir die vielleicht mal irgendwo? Nugget noch? Oh, die sind Nightfixer schon wieder. Haha. So, Zahnräder. Ja, ich bin gleich tot. Tot. Das Pferd ist tot. Das muss ich erst mal regenerieren. So, wo krieg ich jetzt einen schnellsten Clay hin? Hier auf jeden Fall nicht. Das Pferd hab ich gekillt. Und jetzt lass ich Nachtwahl dann die Nightblumen auch generieren. Oh, Grieber. Hallo, Zombie, du fucker. Teleport, Grieber. Hab ich gesehen. Was, du? Ich mag den, Aki. Der ist eigentlich einfach ganz geil. Yo. Da geht's schön mal nach rein. Autsch. Ey, hier sind vor allem zwei Skelette gleich. Was soll ich denn sagen? Manchmal. Aua. Stirb. Ich bin gleich tot. Nach diesem scheiß Leck. Nobody touch the Leck. Nobody touch the Alloy's Matter. Der. Der. Hausbrüggeln. Wo soll ich den Alloy's Matter hinstellen? Ähm. Einfach neben die Kiste von Pulverizer? Da ist, da wollte ich jetzt grad... Da wollte ich gleich den Red Storm Furnace hinbauen. Bau einfach da oben drauf. Das Aimbot Pisser. Mach da oben, wo die drei Dinger sind, oben drauf hier einfach. Ja, da. Ja, das soll dann schon reichen. Kommt auch noch meistiger Zombie-Schule an. Teleport-Kyper? Teleport-Kyper. Wie viel Strom wir haben einfach, ne? Oh, wie viel Slutsch. Also irgendwie nicht, aber... Naja, bei den Bären komm... Die Bären, Alter. Ich feier das. Das ist enorm. Äh... War doch halt irgendwo noch ein Teleport-Kyper. Okay, dann nicht. Also schnellweg teleportiert. Und... Karottensaft. Ui! Ähm... Wollen wir nicht mal so alles verwenden. Wollen wir eh alles in Saft umwandeln können. Ähm... No Creeper in Saft umwandeln? Ja, natürlich. Nice. Wunder brauche ich nur... Acht Dinger. Okay. Die sind Saften. So, die sind Saften. Ja, du kannst alles. Hinter dir! Ein normaler Creeper. Das ist kein Teleport-Kyper, der... Der hilft dir nicht. So... Davon. Vier Stück. Die kann ich nicht machen. Die kann ich ja tot sehen. Wenn ich das Ding ja nicht habe. Oh... BTF können wir eben... Können wir eben schlafen gehen. Ja, ich komme. Das geht ja gar nicht. Eine Flasche Wasser aufmachen, die ich mir vor vier Stunden geholt habe. Äh... Wir haben schon wieder eine Stunde aufgenommen. Nur mal so nebenbei. Ja. Alter, das Bärenreich. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen übertrieben. Ach, gar nicht. Das Wasser ist ekelhaft. Buh. Na, treffe ich? Ja. So ein bisschen. So. Glaube ich treffe, oder? Wollt schon so lange. Ja. Sind da immer drin gewesen. Richtig. So. Dein Helm... Der Helm ist über deinem Gleiter gewesen. Ja. So, wie waren die jetzt nochmal? Wie viel einfach? Haben wir noch Bauernmehl, damit wir irgendwelche hochziehen können oder so? Nein, ich glaube nicht. Oder? Obwohl, glaube ich, Knochen haben wir damit war. Was war jetzt der Aloysmelder? Äh, damit kann man Aloys machen. Achso. Aloys. Okay. Aloys. Und das ist auch ein Ofen eigentlich, also. Ja, weil ich lieber noch einen Redstone füllen ist, dann müssen wir den nicht so beanspruchen. Ja. Manastar. Okay. Du musst jetzt aber in Nether für den, ähm, für das Gerät da. Ja, ich brauch... Warte, ich komm gleich mit. Äh, wir müssen... Hörst du das Geräusch? Wat? Lightbloom. Oh, da kommt das vom Lied. Shhh. So ein... Vom Lied wahrscheinlich. Ja. Ich mach mal... Warte, ich mach mal eben hier den... Ein fertig. Was brauch ich dafür? Äh... So, Lightbloom brauch ich noch. Oh, scheiße. Und ich komm sofort mit. Äh, wissen hab ich genug, ich hab mein Ding angebracht. Ja. Ich komm sofort mit. Ich bruch... Ich bruch nur so. Oh, ey. Ja, und ich... Äh... Wollte ein bisschen Nethercards. So. Okay, der Redstone füllen ist basic. Okay. Ähm... Yellow. Oh, schnell. So, ist okay. So können wir lassen. Boah. Hast du Wasser? Hm. Wasser schmeckt richtig... Widerlich. Hä, Wasser schmeckt nach Wasser. Richtig... Wie gönhaft. Wie schmeckt eigentlich Wasser? Kein Plan. Aber es schmeckt irgendwie widerlich. Naja, die Portalgun lass ich mal hier. Meinen Rucksack lass ich auch hier. Und ich bin auch schlau. Obwohl... Wir haben ja das Grab, wenn wir tot sind, ne? Ja, stimmt auch wieder. Ah, wenn's gut in der Labe ist, dann... Ja, dann musst du es mit Gravel wieder herausholen. Ja. Ihr macht das doch schon. Ja, bist du jetzt schon unten? 1, 2... Echt? Bist du schon unten? Ja, bin ich. Hast du Feuerzeug mitgenommen? Ähm. Ey, wo hast du das denn hingemacht? Hinten bei der Obsidian Ebene? Ja. Ah, ist richtig. Was? Ja, okay. Dann. Yolo. Lecker Hut. Ja, ne? Ich würd meinen Hut auch schon sneaken. Ja? Ja. Ja, Leute. Leeeeg. Rot. Okay, Leeg. Oh Gott, wir sind auf so nem Baum. Bitte nicht. Oh nein. Nein. Oh mein Gott. Warte, warte. Bottle Gun. Jetzt legst du nicht mehr. Brauchst du ne Wand? Ne. Habt du da. 1, 2... So. Macht's weiter. Okay, ist offen. Hier rein, ich will wissen, ob du stirbst. Äh... Ardite und Kobold. Nice. Äh... Picknets, aufpassen. Freu sich. Ah... Netherohr, Netherkohle... Ich hab meine Schaufel in der richtigen Welt gelassen. Hier, hier, hier. Hab Schaufel, Hab Schaufel, Hab Schaufel, Hab Schaufel. Ja, danke. Okay. So. 6 Stück von denen noch. Wo sind... Äh, wir haben keine Markierung gemacht, wo das Ding ist, ne? Ah, wir finden das schon wieder. Ja, verbiss dich. Name. Portal. Oh. Safe. Irgendwo ist raus, ne? Ob so, hier laufst du 3 Sekunden. So, hey, hier ist so... So, hier ist so... So, hier ist voll rum. Richtig, da muss man... Halt's Maul. Komm, schieß. Oh, das Ding ist anbremdbar. Ach, du bist da oben. Ja, ja, ich such hier oben mein Zeug. Aua. Also, lauf nicht in die Burning, äh, Dinger rein. Pflanzen. Ja. Nein. Ernsthaft, wenn man Kobalt... Nein, ich hab Labes abgebaut, ich Idiot. Was? Ich dachte, da ist ja Kobalt gewesen. Warte. Hinter mir sind. War mir klar. Alter, wie stark wir sind, ne? What the fuck, wie stark die Uren sind. Der Fahrzeug. Ah, hier ist Kobalt. Ja, ja. Ich kann's nicht abbauen. Scheiße. Der Gas, ne? Ja, fuck. Ich brenne. Oh, ich bin doch nicht mehr. Cool. Was hast du denn da in der Hand gehabt? Das war ein Schaf. Lebst du noch? In die echte Welt. Ja. So. Hier, friss. Komm zurück. Da vor der Unten, du Feige.